Seidenhaar Ein Märchen der Tante Emmy Gelesen von Jasmin Stab Es lebte einmal ein Mädchen, das nannten die Leute Seidenhaar. Weil es so wunderschöne seidenweiche Haare hatte. Diesem Mädchen aber waren beide Eltern gestorben. Und seine bösen Verwandten misshandelten es. Da lief es eines Tages weinend hinaus in einen großen, dunklen Wald. Plötzlich stand ein Engel vor ihm, im silberblinkenden Kleid mit goldenen Flügeln auf dem Rücken. Der sprach zu ihm, Seidenhaar, weshalb weinst du so bitterlich? Ach, meine Base war so bös mit mir und hat mir gedroht, sie wolle mich erschlagen, wenn ich ihr noch einmal ins Haus komme. So bleib hier im Walde, sagte der Engel. Die guten Tiere tun dir kein Leid. Dann schwang er seinen Lilienstängel, den er in der Hand hielt, und sofort tat sich eine alte, dicke Buche auf und zeigte in ihrem hohlen Stamm ein mit allem zum Wohnen nötigen, eingerichtetes Stüblein. Das schien, als sei es eben erst für die arme Weise geschaffen worden. Hier sollst du wohnen und wenn du gut bleibst und zufrieden, wirst du noch einmal recht glücklich werden. Hier, dieser Spindel soll dir Arbeit geben. Den Flachs, der dort im Stübchen liegt, sollst du in sieben Jahren spinnen. Nach sieben Jahren wirst du wieder von mir hören. Nach diesen Worten verschwand der Engel. Seidenhaar betrat ihr neues Stüblein und sogleich wandten sich dichte Efeuranken um den Eingang und bildeten eine natürliche Tür, die sie vor neugierigen Blicken bag, ohne deshalb ihr selbst den Ausgang zu verwehren. So saß sie Tag für Tag und spann und war fröhlich und guter Dinge. Ihrem heiligen Engel empfahl sie sich täglich und übte alle Gebete und Verse, die sie einst von ihrer liebenseeligen Mutter gelernt hatte und nicht wieder vergessen wollte. Aber auch die Sprache der Tiere lernte sie bald verstehen. Täglich kamen zwei Täubchen und brachten ihr Speise. Auch eine Hirschkuh kam und ließ sich geduldig von ihr melken und gab ihr Milch zur Labung. Sie teilte dagegen den Rest ihres Mahles gleichfalls friedlich mit den Tieren und sie fraßen ihr zutraulich aus der Hand und die Vögel holten sich die Brosamen, die sie ihnen aufstreute. So waren sieben Jahre hingegangen und das Garn, das sie in dieser langen Zeit gesponnen hatte, lag zu einem großen Haufen aufgeschichtet an der Wand ihres Stübchens. Da hörte sie denn eines Morgens, wie ein Finkenpärchen auf einem niederen Ast der Buche ihren Namen nannte. Schnell legte sie die Spindel weg und horchte, was sie plauderten. Weißt du schon, sprach das Weibchen zu dem Mann, dass die Prinzessin Theodolinde eines Kaisers Sohn heiratet? Man sucht im ganzen Lande nach dem allerfeinsten Garn für die Aussteuer der Prinzessin Braut. Ich wüsste schon, wo es zu finden wäre. So schön wie unsere liebe Seidenhaar spinnt niemand auf der weiten Welt. Jetzt könnte sie reich werden und ihr Glück machen. Ja, wenn sie's wüsste und wenn es ihr die Prinzessin auch wirklich abkaufte. Entgegnete der Fink seinem Weibchen. Dem armen Waldkind pochte bei diesen Worten das junge Herz vor Entzücken. Wohin aber sollte sie gehen? Wo war das Königsschloss? Sie hatte sieben Jahre den Wald nicht mehr verlassen und kannte weder Weg noch Steg. Überdies hatte der Engel ihr gesagt, er werde nach sieben Jahren wiederkommen und sie solle indes geduldig hier ausharren. Bald war die augenblickliche Lust überwunden und der Gedanke fortzulaufen unterdrückt. Aber die Rede des Finkenpärchens konnte sie nicht vergessen. Zwei Tage später hörte sie abermals, wie eine Nachtigall zu ihrer Freundin sagte, Weißt du schon, dass die Prinzessin Theodor Linde sich vermählen will? Ach ja, ich kann sie nicht gut leiden, gab die andere entgegen. Weshalb? Sie hat kein gutes Herz. Sie jagt die Notleidenden von ihrer Tür weg und macht sich ein grausames Vergnügen daraus, die armen Tiere zu erschießen. Erst gestern flog ich eben vorüber, als sie von ihrem Fenster aus nach den Vögeln schoss. Da seufzte Seidenhaar traurig auf. Was ließ sich von solch einer herzlosen Fürstin hoffen? Während sie aber das so bei sich überdachte, stand der liebliche Engel, der sie einstens hierher geführt hatte, wieder vor ihren erstaunten Blicken. Die Zeit ist um, sprach er. Du bist groß geworden, Seidenhaar, und auch brav geblieben. Ich war beständig um dich. Nun lass mich schauen, was du in den sieben Jahren spannst. Beide traten in den hohlen Baum und fand der Engel da selbst nicht nur die musterhafteste Ordnung, sondern auch den letzten Rest des Flaxes aufgearbeitet. Er lobte Seidenhaar besonders über ihr sauberes Stübchen. Die Reinlichkeit nach außen ist ja fast immer der Ausfluss eines reinen fleckenlosen Herzens. Die schuldlose Seele wird auch an und um sich keinen Schmutz und keine Unordnung leiden können. Nur dem sündbefleckten Herzen mag es wohl sein in Zerstörung und Unreinlichkeit. Auch das feine Gespinst pries der Engel. Das wird soeben gesucht, sprach er. Dein Glück ist nun nicht mehr fern, liebes Kind. Schon wartet man im Königshof deiner Ankunft. Mach dich auf und habe, was immer auch geschehen möge, Vertrauen auf Gott. Er wird die Unschuld schützen. Bleibe ruhig, standhaft, wahr und nun lebe wohl. Segnend breitete er beide Hände über Seidenhaar und war verschwunden. Sie band sogleich das gesponnene Garn zusammen, brachte aber die große Menge gar nicht mehr von der Stelle. Wie sollte sie es vollends nach dem Schlosse tragen? Doch auch hierfür war bereits gesorgt. Sie vernahm ein leises Klingeln vor ihrer Tür und fand, als sie hinaus sah, zwei stattliche Eselein, mit leeren Körben auf ihren Rücken. Die da standen ihres Befehls gewärtig. Wir kommen, um dir zu dienen, Seidenhaar, sprach einer der Grauen. Leg nur deinen Garn auf unseren Rücken. Bald war es geschehen und die kleine Karawane setzte sich in Bewegung. Weinend nahm das gute Kind Abschied vom Wald und den lieben Tieren, die alle noch, als ob sie es wüssten, dass sie scheide, vor ihre Wohnung kamen, um sie zum letzten Mal zu sehen. Sie liebkuste das junge Reh und die Häschen und küsste ihre Hirschkuh auf den Kopf und rief den Vöglern zärtliche Grüße zu. Dann zog sie wehmütig, ihr Schicksal in Gottes Hände legend, ihres Weges. Die zwei Eselein trabten munter vor ihr her. Ein Täubchen aber, das sie täglich gefüttert hatte, flog als Wegweiser hoch in den Lüften. Bald sah man vom Tale aus die Türme der königlichen Burg und dann nach kurzem schon sie selbst auf einer Anhöhe legen. Sie war eben von der untergehenden Sonne prächtig beleuchtet und alle Fenster strahlten rötlich-goldene Glut zurück. Seidenhaar war von Bewunderung dieses ihr neuen Anblickes völlig hingerissen und konnte sich nicht sattsehen an so vieler Pracht. Als sie mit ihren Tieren näher an das Schloss gelangte, liefen die Leute von allen Seiten herbei, die seltsame Erscheinung zu sehen und anzustaunen. In den sieben Jahren ihrer Waldeinsamkeit war nämlich Seidenhaar zu einer wunderschönen Jungfrau herangewachsen. Ihre offenen Haare hingen ihr wie ein goldschimmernder Mantel über den Rücken bis zu den Füßen hinunter. Diese selbst, klein und niedlich, waren nackt und hatten nur Sandalen von Baumrinde angebunden. Das Gesicht blühte wie eine Maienrose und das graue, farblose Kleidchen, von einer Efeuranke statt des Gürtels zusammengehalten, reichte kaum bis an die Knöchel hinunter. Die rechte Hand hielt ein Rosenzweiglein, womit sie schmeichelnd die Lasttiere antrieb. Ein ganzer Himmel voll Unschuld lachte aus den großen, blauen Augen. So zog sie dahin, ohne zu wissen, was zunächst kommen sollte, einzig dem Wort des Engels gehorsam und auf Gott vertraunt. Am offenen Hoftor erwartete sie bereits ein königlicher Diener, half ihr die Esel abladen und übergab diese einem Stalljungen zur Pflege. Dann gleitete er die schöne, sonderbare Fremde artig die Treppe hinauf in die Gemächer der Prinzessin. Diese saß in einem prächtigen Zimmer, trug ein mit Perlen und Edelsteinen besetztes Kleid und eine schimmernde Krone auf dem Haupt. Sie selbst war aber hässlich anzusehen und hatte nichts Gütiges in ihrem Wesen. Ihre rotbraunen Haare standen nicht eben schön zu ihrem rotgefleckten Gesicht und der spöttische Zug um den Mund verlieh ihr etwas Unangenehmes. Ich habe dich erwartet, fuhr sie die Kleine hochmütig an. Ein Brief von fremder Hand hat mir gemeldet, du hättest das feinste Garn. Lass sehen, ob es wirklich so ist. Seidenhaar wies ihre Arbeit vor und die Prinzessin wusste ihre Freude und Bewunderung kaum zu verbergen, ob schon sie sich gleichgültig zeigen wollte. Ich will dir alles abnehmen, sprach sie. Mein Kassier soll dir tausend Gulden dafür bezahlen. Höre aber eine Bedingung. Du darfst meine Residenz nicht eher verlassen, als bis meine Vermählungsfeier vorüber ist und ich mit meinem Gemahl nach der neuen Heimat abgereist bin. Du sollst keinen Mangel leiden. Darfst aber, solange du hier bist, mit niemand von der Dienerschaft verkehren, mit niemand ein Wort reden. Kein Mensch darf es erfahren, dass du dieses Garn hier gesponnen hast. Verstehst du mich? Ja, erwiderte Seidenhaar schüchtern. Wenn die Hochzeit vorbei war, wurde sie ja frei und war dann reich und unabhängig, dachte sie bei sich selbst. Wenn man mich aber dennoch fragt, wagte sie noch bescheiden einzuwerfen. Ich darf nicht lügen, das ist eine garstige Sünde. Es wird nicht geschehen, Sittenpredigerin, herrschte sie die Fürstin an, ergriff dann die auf einem vergoldeten Pfeilertischchen stehende Silberglocke und läutete. Alsbald erschien ihr Kammerdiener. Bringe diese Person hier in ein Stübchen des Erdgeschosses, befahl sie, und dass niemand mit dir spricht oder verkehrt. Ich will es so, bei meiner Ungnade. Schweigend verneigte sich der Untergebene und tat, wie ihm befohlen. Seidenhaar fand in ihrem Stübchen alles, was sie bedurfte, aber enge ward es ihr dennoch zwischen den steinernen Wänden, und sie sehnte sich nach Freiheit, Luft und Waldesgrün. Wenn zur Nachtzeit alles schlief und der Himmel von tausend goldenen Sternen glitzerte, dann öffnete sie das Fenster und sah sehnsüchtig hinauf zum dunkelblauen Firmament. Sie glaubte in ihrer Kindeseinfalt, diese Sterne seien ebenso viele Engel, die grössend niederschauten zur Erde. Drei Tage waren so seit ihrer Ankunft im Schloss vergangen, als eine herrliche Äquipage vorfuhr und ein stattlicher junger Mann Wohlwollen und Edelsinn in allen Zügen ausstieg. Es war des Kaisers Sohn, der Bräutigam der Prinzessin Theodor Linde. Der Mann passte wirklich gar nicht zu dieser Dame, das sagte jedermann. Bald, nachdem er angekommen und freundlich begrüßt worden war, zeigte ihm seine Braut das wunderschöne Garn, das Seidenhaars fleißige Hände gearbeitet hatten. Der Prinz schien davon entzückt. Hast du es selbst gesponnen, mein Schatz? fragte er lächelnd, denn er hielt außerordentlich viel auf eine geschickte fleißige Frau. Natürlich, liebe, gab sie unverschämt zur Antwort und erschien höchst befriedigt von diesem Wort. Als er jedoch nachts zu Bett ging, sang draußen vor seinem Fenster ein Vöglein. Seidenhaar, 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 hat gesponnen wunderbar, hat gesponnen sieben Jahr, diesen Flachs so fein und klar. Lass dich nicht belügen, lass dich nicht betrügen. Das war doch sonderbar. Was wollte denn das Vöglein mit seinem Lied? Und wer war denn Seidenhaar? Wär's möglich, dass ihn die Prinzessin belogen hätte? Nein, so vornehm, so hochgeboren und lügen, das konnte er nicht glauben. Beim Frühstück anderen Tags fragte er sie. Wer ist denn Seidenhaar? Mir hat heute Nacht seltsam geträumt. Gibt es denn ein Wesen, das so heißt? Ach nein, lachte Theodor Linde lustig. Sie war aber dennoch bis ins innerste Herz erschrocken und ihre Verlegenheit war dem Prinzen nicht entgangen. Bald darauf ritt er weg und als er wiederkam, trug er ein Bündel unter dem Arm. Du bist so wunderschön, mein Herz, sagte er zu seiner Verlobten. Ich habe dir hier vom feinsten Flachs mitgebracht. Mach mir die Freude und setz dich nieder und lass mich sehen, wie zierlich deine rosigen Finger die Spindel drehen. Von Herzen gerne, entgegnete die listige Dame. Wenn du es willst. Ich hätte dich zwar gern um etwas anderes gebeten. Ich habe hier einen vertraulichen Brief an eine liebe Freundin geschrieben und wollte dich bitten, ihn selbst zu überbringen. Bis zu deiner Wiederkehr hätte ich meine Aufgabe fertig gebracht und deinen Flachs gesponnen. Sogleich sprang der Prinz auf und war bereit, den Willen seiner Frau zu tun. Er war ja viel zu ritterlich, um ihr einen solchen Dienst zu versagen. Und dann hegte er doch noch ein kleines Misstrauen gegen den nächtlichen Sänger. Alsbald war er hinweggeritten und Theodolinde ließ Seidenhaar heraufkommen in ihr Zimmer. Hier, mein Kind, befahl sie mit ungewöhnlicher Freundlichkeit. Ich möchte gerne einmal sehen, wie du spinnst. Nimm diesen Flachs, diese Spindel hier und spinne. Das unbefangene Waldkind tat, wie ihm geboten wurde. Nachdem die weiße Hand den Flachs sorgsam aufgelegt hatte, tanzte Flux die Spindel auf dem spiegelblanken Boden So flink, so behende und so fein schlüpfte das Fädchen durch die schlanken Finger, dass man nicht leicht was Schöneres sehen konnte. Nach zwei Stunden war die Arbeit geschehen, Seidenhaar gnädig belobt, entlassen. Da stampfte auch schon des heimkehrenden Prinzen Rösslein drunten im Hof. Lächelnd wies ihm die Braut das herrliche Gespinst und er war zufrieden. Aber nachts sang abermals das Vöglein vor dem Fenster seines Schlafgemachs. Seidenhaar, Seidenhaar, hat gesponnen wunderbar, hat gesponnen sieben Jahr, diesen Flachs so fein und klar. Lass dich nicht belügen, lass dich nicht betrügen. Nun musste er Gewissheit haben, um jeden Preis. Er wollte einen von der Dienerschaft befragen, wer dieses geheimnisvolle Wesen sei. Rasch öffnete er das Fenster, das auf einen Balkon hinausführte, und schwang sich von demselben leichten Fußes hinab in den Garten. Diese war mondhell beleuchtet, die Kieselsteine auf den Fußwegen schimmerten blendend weiß. Vor ihm her aber trippelte ebenfalls ein schneeweißes Täublein und sah zuweilen nach ihm um und reckte und dehnte das Hälschen, ob er auch wirklich folge. Und er tat's. Unwillkürlich ließ er sich von dem Tier leiten. Sie schritten eine kleine Weile längs des Erdgeschosses dahin. Plötzlich aber flog die Taube auf das Sims eines geöffneten Fensters. Und der Prinz erblickte das lieblichste Bild, das seine Augen je gesehen. Der innere Raum war völlig dunkel. Das Licht des Vollmondes fiel aber schnurgerade auf eine am offenen Fenster lehnende Gestalt. Es war ein junges Mädchen von seltener Schönheit, mit blassem kindlichem Gesicht und einer solchen Fülle von goldenen Haaren, dass sie in der magischen Beleuchtung einen förmlichen Strahlenschein um die Kleine woben. Sie schaute unverwandten Blickes hinauf zum gestirnten Himmel, als ob sie bete. Wer bist du, wunderbares Kind? rief sie der Prinz an, denn er glaubte fast an eine Erscheinung aus der Feenwelt. Ich bin ein armes Mädchen und heiße Seidenhaar, lieber Herr, gab sie einfach zur Antwort. Was tust du hier im Schloss? Ich muss hier bleiben, bis des Kreisers Sohn mit der Prinzessin Theodolinde Hochzeit gemacht hat. So hast wirklich du das Garn gesponnen, das die Prinzessin in ihrem Zimmer hat? Ja, lieber Herr, im Wald draußen habe ich es gesponnen. Das Vögleins Lied hatte ihn nicht umsonst gewarnt. Sein Entschluss stand fest. Am nächsten Morgen trug er abermals einen silbernen Korb mit feinem Flachs gefüllt in das Zimmer der Prinzessin. Welch unerträgliche Laune du hast, Leopold! sprach die schlaue Dame achselzuckend. Ich soll wohl heute wieder spinnen. Verzeihe mir es, meine Teure. Aber meine selige Mutter war über ihres reiches Grenzen hinaus als die beste Spinnerin unter allen berühmt und bekannt. Deshalb gelobte ich es mir im Stillen, auch ich wollte nur ein Mädchen zur Gemahlin nehmen, das neben anderen Eigenschaften des Gemüts wunderschön zur Spinnen verstände. Nie sah ich ein herrlicheres Garn als das, was du mir zeigtest. Sei mir daher nicht Kram, weil ich mich gerne dir zur Seite setze, um zu schauen, wie du so geschickt den Faden drehen und den Flachs verarbeiten kannst. Die Prinzessin wusste jetzt keinen Ausweg mehr. Der Prinz blieb beharrlich auf seinem Wunsch und mürrisch griff sie nach der Spindel, ließ sich neben ihm nieder und riss und zerrte an dem seidenen Flachs hin und her, so lange und so ungeduldig, bis alles wild durcheinander hing. Es geht heute nicht, es gelingt mir nicht, schmollte sie mit gut gespielter Heuchelei. Ich habe mich gestern blutig gestochen an der Spindel und kann deshalb nicht spinnen wie sonst. Du hast aber doch gewiss all das schöne Garn gesponnen, Theodolinde, das du mir gestern gezeigt hast, fragte Leopold ernst und doch gütig. Nun, freilich, ja, erwiderte sie zittert. Wie sonderbar du fragst! So lass es heute gut sein, um des wunden Fingers willen, meine Teure. Ich werde dich ein andermal bewundern dürfen. Höre stattdessen eine Geschichte, die mir kürzlich erst passiert ist und worüber ich dein Urteil vernehmen möchte. Ich ließ von meinem Bereiter ein Pferd vorführen, ein edles Tier, aufs Prächtigste und Feinste zugeritten. Dem, der es mir dressieren wollte, hatte ich eine große Belohnung verheißen und ließ ihn nun, nachdem ich mich von dem trefflichen Erfolg der Bemühungen jenes Bereiters überzeugt hatte, sofort an ihn auszahlen. Nun hörte ich aber bald darauf, ich hätte meine Großmut an einen Unrechten verschwendet. Er hatte zur Tresur des Pferdes einer seiner Untergebenen beordert, Ehre und Lohn jedoch für sich in Anspruch genommen. Was soll einem solchen gemeinen Betrüger geschehen? Kannst du mir sagen, was du darüber denkst? Die Fürstin sprach, ohne sich nur zu besinnen, ich würde den falschen Bereiter augenblicklich entlassen und denjenigen, dem das Verdienst gebührt, an seine Stelle setzen. So hast du wahr und ganz recht gesprochen, Fürstin, und zugleich dein eigenes Urteil, sprach Prinz Leopold mit finster gerunzelter Stirn. Kann ich schon den Diener nicht in meiner Nähe ertragen, der mich belügt? Wie sollte ich erst die Gemahlin, die meinem Herzen die Nächste sein soll und sich nicht scheut, mich zu betrügen, dulden können? Heftig zog er die Klingelschnur. Man führe Seidenhaar hierher. Bald stand sie vor ihm. Nur schüchtern hob sie den Blick empor. um ihn als bald errötend wieder zu Boden zu senken. Sie war das Bild der Unschuld mit ihrem wallenden goldenen Haar und dem armen grauen Kittelchen. Willst du mein liebes Weib werden? fragte er sie und nahm sie freundlich bei der Hand. Sie meinte, sie sei von einem schönen Traum befangen und konnte nicht sogleich sprechen. So unerwartet kam ihr diese Frage. Ach, jetzt erkannte sie ihn ja wieder. Es war der Fremde, der sie gestern nachts angerufen hatte. Und es war kein anderer als Prinz Leopold, des Kaisers Sohn selbst. Die elende Bettlerin! höhnte die Prinzessin, Zähne knirschen vor Wut und Scham. Das gilt mir gleich, ob arm, ob reich. Nicht die Geburt allein. Die Tugend adelt uns und gibt uns unseren wahren Wert vor Gott und vor den Menschen. Deshalb sollen die Großen und Vornehmen allerorts und alle Zeit mit bestem Beispiel vorangehen. Deine Lüge, Theodolinde, hat dich tief unter dieses arme Kind erniedrigt. Und ich bin gewiss, dass ihre Unschuld, ihre Reinheit, eine bessere Zierde für meinen Thron sein wird, als deine königliche Mitgift und all deine Edelsteine. Seidenhaar war ihm weinend zu Füßen gesunken. Oh, mein Prinz und mein Herr, ich will euch treu ergeben bleiben bis in den Tod. Er hob sie auf, zog sie an seine Brust und küßte sie auf die Stirn. Dann steckte er einen kostbaren Ring an ihre Hand. Nach einer Stunde fuhren sie mit Sammen auf eines seiner königlichen Güte und überließen Prinzessin Theodolinde tief gedemütigt ihrer Wut und Schande. Bald wurde die Hochzeit gefeiert. Niemand erkannte in der wunderschönen Braut mit der silberdurchwirkten Schleppe und der blühenden Myrte um das diamantenstrahlende Diadem, das auf den goldenen Haaren lag, das arme Kind vom Wald wieder. Die junge Kaiserbraut aber gedachte immer demütig ihrer einstigen Armut und dankte Gott und ihrem heiligen Engel für das große Glück, das ihr beschieden worden war. Ihr Gatte trug sie auf Händen und ihr Volk vergötterte sie fast, denn sie war für alle eine gütige Mutter. Auf die Bitte seiner jungen Gemahlin fuhr Prinz Leopold gelegentlich der Hochzeitsreise durch den Wald, in dem sie sieben Jahre lang gelebt und jenes Garn gesponnen hatte, dass ihr jetzt ein so herrliches Los gewann. Sofort kamen die treuen Tiere herangesprungen und leckten ihr mit zärtlicher Freude Hände und Füße. Den Eingang in ihr Stübchen in der alten Buche konnte sie aber nicht mehr finden. Sie mochten sich noch so viel bemühen. Nur der Efeu wandt sich wie früher um den nun festgeschlossenen Stamm. Und aus blühenden Heckenröslein gebildet, las man zwischen üppig grünen Blättern ganz deutlich den Namen Seidenhaar. Seidenhaar.